Oh mein Gott, das geht ja mal gar nicht. Ich finde diese Hochlandseekarte richtig schön. Ja. Sieht echt schön aus, da hat Noah Bradley echt was Schönes gezeichnet. Haha. Ramming Speed Das war's für heute. Ich weiß nicht ob dieses Deck gut geworden ist. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.